Im schönen Bühren in Ostwestfalen liegt das Seniorat Steinhausen. Das moderne Haus bietet rund 70 Bewohnerinnen und Bewohnern einen stationären oder Kurzzeitpflegeplatz. Ganz nach dem Motto Zuhause unter Freunden setzt die Einrichtung auf ein Wohnbereichskonzept. Seit 2014 nutzt das Seniorat das Cook & Freeze Verpflegungssystem und arbeitet mit der Appetito AG aus Rheine zusammen. Daher wurde mit dem Neubau der Einrichtung keine Küche mehr berücksichtigt. Es gibt eine Kühlzelle, eine Spülküche und einen Raum zur Kommissionierung. Die Zubereitung der Mittagsverpflegung erfolgt mithilfe von Multigenwägen direkt auf den vier Wohnbereichen. Wir haben uns von vornherein für das Wohngruppenkonzept entschieden und damit auch von vornherein entschieden, keine zentrale Küche einzuführen, sondern über Cook & Freeze und mit unserem Partner Appetito zusammenzuarbeiten, um auf den Wohnbereichen direkt mit den Bewohnern und für die Bewohner zu kochen und das Essen zuzubereiten. Der Vorteil eines Wohnbereiches liegt darin, dass auf jedem Wohnbereich auch ein Wagen steht, wo das Essen zubereitet wird, wo sich die Bewohner und Bewohnerinnen auch orientieren können. Da gehe ich hin, wenn ich mein Essen möchte. Die Hauswirtschaftskraft, die dann den Dienst hat, hat keine weiten Wege. Sie kennt die Bewohner und weiß auch deren Vorliegen. Und von daher ist dieses Wohnbereichskonzept ein sehr häusliches Konzept. Das Cook & Freeze System bietet für uns eben auch den Vorteil, dass wir keinen Koch vorhalten müssen und dementsprechend auch wir bei der Personalplanung deutlich flexibler sind und wir da auch eher Personal finden, als wenn wir eine Küche zentral vorhalten würden. Gleichzeitig bringt es uns aber eben auch im Rahmen der Pflegesatzverhandlungen eine große Sicherheit, weil wir eben wissen, auf einen gewissen Zeitraum, welche Kosten wir im Lebensmittelbereich haben werden. Wenn ich morgen früh komme, ich gehe ins Frustereien, ich hole den Wagen raus, was ich für heute brauche. Es ist alles schon vorbezeichnet. Das heißt, das kann man nicht falsch machen. Es wird alles kommissioniert und auf den Wohnwagen gebracht. Das heißt, meine Aufgabe, nur die befüllten Behälter in den Appetiter Wagen reinschieben, gehen die Türen zu, start. Fertig! Wundlich zur Mittagzeit wird das Setzen für unsere Bewohner. Serviert! Bei uns gibt es täglich zwei Minüs. Zusätzlich bietet Firma Appetiter für unsere Bewohner für höchste Kost, salzahmer Kost oder hochkalorische Kost. Nach Bedarf gibt es auch Gerichte für Bewohner mit Lebensmittelunverträglichkeiten. Natürlich sind hier alle Wünsche für unsere Bewohner abgedeckt. Ich bekomme das immer von Frau Schmider mit, wie sehr die Zusammenarbeit mit Appetito klappt. Ich kann ja sagen, perfekt. Unsere Ansprechpartnerin, sie ist immer für uns da. Seit zehn Jahren Hygieneschuldungen oder einfach fachliche Beratung. Ich muss sie nur anrufen, muss sie sofort da. Ja, wir würden das Konzept von Appetito weiterempfehlen. Wir sind davon überzeugt, dass es für unsere Einrichtungen, für die Struktur, die wir hier gewählt haben, genau der richtige Partner ist und genau das richtige Konzept ist, um für unsere Bewohner das bestmögliche Angebot anzubieten. Bis zum nächsten Mal.